Die schmecken echt ekelhaft. Dega, so ein raffinierter Hund. Dega, 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 Dega. Hi Leute! Hi! Vielen Dank fürs Einschalten, wir sind wieder zurück. Und im letzten Video haben wir ja schon euch angedroht, dass wir noch ein kleines Vor-Weihnachts-Video-Special machen würden wollen. Und heute ist es soweit. Ja, wir machen heute ein kleines Vor-Weihnachts-Video. Und die Sache ist folgendermaßen, wir haben uns für euch ein paar Sachen überlegt. Ihr wisst ja, andere machen die ganzen Advents-Videos und so. Das ist ja auch immer ganz spannend, das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Und ja, was haben wir uns denn jetzt überlegt? Oder warum wollen wir eigentlich gar kein Advents-Video wieder machen, wie beim letzten Mal? Irgendwie, also ich war selber, fand ich ja den Advents-Kalender sehr doof. Ich hätte mir gerne einen anderen Advents-Kalender einfallen lassen. Aber ja, also das Drehen hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber so in sich fand ich das jetzt irgendwie auch dann gar nicht mal so toll, da jeden Tag irgend so eine Karte ziehen zu können. Ja, insgesamt war das schon eher mau, sag ich mal. Man ist auch auf vielen Sachen sitzen geblieben. Genau. Und wir haben die dann ja noch auf der BerlinCon dann rausgeschrotet. Da haben wir ja nochmal, wann war das? Im Juni haben wir nochmal ein bisschen Weihnachten gefeiert. Und dann die Leute die Sachen verteilt, die uns dann angesprochen haben. Und ja, so befinden wir uns jetzt quasi heute hier. Haben uns dagegen entschieden, diesen ollen Weihnachtskalender von Frosted Games zu machen. Genau. Haben auch lange überlegt, was wir machen können, was wir machen sollen, ob wir überhaupt was machen. Aber wir beide mögen Weihnachten ja eigentlich auch ganz gerne. Und wir finden, da gehört auf jeden Fall was dazu. Aber ja. Ja. In der Zeit der Digitalisierung, die wir heutzutage irgendwie haben, ist das irgendwie ein bisschen schade. Ich fand so als Kind Weihnachten irgendwie immer schöner. Ich kenne das auch noch, dass man einen Brieffreund hatte. Das war damals irgendwie auf jeden Fall ganz cool. Das kenne ich auch. Und ich hatte so ein Diddl-Heft immer. Das Käseblatt gab es da. Und da gab es nämlich irgendwie Brieffreunde oder Brieffreundschaften, die man schließen konnte. Das habe ich gemacht. Ja. Also jeden für euch, der auch ein Diddl... Wieso bin ich mit einem Leidenbrieffreund gekommen? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich habe ich damals mit irgendwelchen Girls getchattet bei AOL und dann habe ich eine von den Brieffreundschaft rausgenommen. Weil damals das Internet noch so teuer war. 19 Pfennig pro Minute. Liebe Leute. Ja. Wir haben uns was einfallen lassen. Willst du sagen, wir haben uns einfallen lassen? Nein. Nein? Okay. Dann sag ich, was wir uns einfallen lassen haben. Zuerst zeigen wir euch jetzt erstmal ein paar Bilder, die ihr auf euch wirken lassen könnt. Und dann weiter. Und dann gehen wir dann bei AOL und dann gehen wir das in die Löse für eine kleine Aaron-Mö catering. Und dann gehen wir mal an alle anderen. Und dann gehen wir das auf euch direkt auf. Und dann können wir das alle generell machen haben. Und dann können wir das heute wiederholen. Und dann können wir das wiederholen, das war für unsere Einheit. Und dann kann wir das noch nicht vor Hannover hier runtergehen. Und dann können wir das auch zusammen. Und dann können wir das ja auch mal wäre es. Musik Ja, ihr fragt euch, was sendet der Digger für kryptische Bilder da wieder? Wir machen es diesmal so, wir machen nix mit Promokarten, sondern wir überlegen, oder wir haben uns überlegt, wir fahren einfach mit euch in Urlaub. Yeah! Yeah! Und zwar haben wir ein bisschen jetzt rausgezögert, das anzukündigen, weil noch nicht alles quasi fit war. Wir haben uns verschiedene Unterkünfte angeguckt und die waren aber natürlich auch alle verhältnismäßig teurer, verlängertes Wochenende und so weiter und so fort. Wir haben in Belgien und in Holland geguckt und dann haben wir uns überlegt, ja, für euch das vielleicht auch ein bisschen weiter mit der Anreise. Wir wollen das so komfortabel gestalten wie möglich und haben jetzt dann bei Airbnb den Amaru kennengelernt und der hat diese richtig geile Bude in Wuppertal und der hat gesagt, hey Digga, pass auf, ich unterstütze euren Kanal, ich unterstütze euer Hobby und ich unterstütze hier eure weihnachtliche Idee und hat gesagt, pass auf, ihr könnt die Bude dann haben. Ihr könnt euer Video machen und dann könnt ihr da hinfahren und mit euren Zuschauern da ein paar schöne Tage auf jeden Fall bringen. Ja, genau. Mega, mega, mega geil. Ja, die Bude ist in Wuppertal, das könnt ihr dann ja bei Google Maps selber mal angucken, das ist hier am besten von Deutschland. Das ist ein gutes Stündchen von uns, ist das auf jeden Fall auch entfernt und wir haben uns überlegt, wir treffen uns dann da mit euch. Das Datum ist der 1.3. bis 4.3. Genau. Zwei Tage nach deinem Geburtstag. Genau, und zwar ist das über Karneval, also für alle Leute, die Karneval entfrieren wollen, ist das vielleicht eine ganz interessante Sache, ist ein verlängertes Wochenende mit dem Rosen Montag einfach und Anreise wäre dann Freitag und Abreise wäre dann am Montag. Genau, also ein paar Voraussetzungen dafür, ihr müsst auf jeden Fall selber anreisen, es stehen genug Zimmer zur Verfügung, wir haben insgesamt vier Schlafzimmer, das ist schon mal ganz gut. Ihr könnt, also erst kommen die Voraussetzungen, dann die Bedingungen dafür, wir verpflegen uns selber dort vor Ort, dann können wir noch sagen, ihr könnt euch alleine oder zu zweit bewerben. Was ist noch wichtig? Ja, dass ihr auch Zeit habt, also einfach von Freitag bis Montag, dass wir auch dann voller Besetzung zocken können und nicht, dass das dann so ist, ja, ich komme aber erst am Samstag oder ich fahre wieder am Sonntag oder was, also die Bedingung ist schon, ihr müsst das durchziehen und das muss auch verbindlich sein, ihr müsst da Bock drauf haben. Und wenn ihr so lari-fari-Leute seid, die dann sagt, ah, ich weiß das noch nicht ganz genau oder so, dann lasst es auf jeden Fall besser bleiben, lasst dann lieber anderen Leuten einfach die Möglichkeit. Und ja, damit das ganze Ding halt eben auch so aufgeht, wie wir uns das halt eben wünschen. Wir würden auch da vor Ort gerne ein bisschen drehen, also solltet ihr vielleicht nicht so kamerascheu sein, sagen, hey, ich möchte auf keinen Fall irgendwo dem Video auftauchen, weil wir so ein kleines bisschen Vlog-mäßig auch draus machen wollen, gucken, was für das Spiel, wer gewonnen hat und so weiter und so fort. Wir haben noch keine konkreten Pläne, wir werden in den nächsten Wochen auch mal da hinfahren und uns mit dem Amaro treffen und uns das alles vor Ort mal angucken und da gegebenenfalls auch mal die Kamera noch mal draufhalten, dann können wir euch gegebenenfalls da noch mal ein paar Bilder zeigen. Und ja, aber ihr fragt euch jetzt, was, was müssen wir denn überhaupt dafür tun? Eigentlich ist es ganz einfach, ne? Ja. Was müsst ihr hier tun? Ihr müsst folgendes tun, ihr müsst uns Weihnachtspost schicken. Ganz klassisch, nicht digital. Genau, ganz klassisch. Also ihr schickt einfach Weihnachtspost, ein Päckchen oder ein Paket oder eine Karte oder einen Brief oder wie auch immer und wir werden dann irgendwann kurz vor Weihnachten mit eurer ganzen Post eine große Weihnachtslesung quasi machen. Wir werden auch da auf den Datenschutz achten und nur Vornamen vorlesen und so weiter und so fort und da müsst ihr auch keine Sorgen haben. Dann werden wir diese Weihnachtspost quasi lesen, werden wir eine Lesung machen. Deswegen habe ich hier quasi das Buch liegen, hier Fantastische Weihnachten, Wolfgang Hohlwein auch zu empfehlen. Alles ein bisschen gruselig, nicht so für Kinder. Deswegen, ja, und das werden wir dann machen. Und dann werden wir uns aus dieser Weihnachtspost, werden wir uns dann Leute raussuchen. Also wir wissen ja gar nicht, was kommt. Vielleicht kommen zwei Briefe, dann haben wir zwei. Seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Und wenn das dann nicht so ist, dann müssen wir vielleicht wieder verlosen oder wie auch immer. Wir müssen, müssen wir schauen. Unter allen Teilnehmern machen wir auf jeden Fall irgendwie was fit. Genau. Das ist der Plan. Ja, wichtig, schreibt rein, ob ihr alleine oder zu zweit kommen wollt. Das muss halt eben auch für euch dann irgendwie schon klar sein, weil nicht, das wäre dann auch irgendwie blöd. Genau, auf jeden Fall. Also bevor ihr uns postschickt, ihr könnt uns natürlich auch so postschicken, ihr könnt aber dann, müsst ihr aber dabei schreiben, wir wollen nicht an dem Wochenende teilnehmen. Dann freuen wir uns natürlich auch über Weihnachtsposten. Auf jeden Fall. Ja, und ansonsten schreibt bitte unbedingt oder erklärt es vorher oder beide, ihr und euer Partner, setzt mit eurem Arbeitgeber ab, ob ihr über den Zeitraum auch frei bekommen könnt. Also den Freitag und den Montag. Und das muss auf jeden Fall alles safe sein. Und ja. So, ich gehe erst jetzt am Ende nochmal einen Dominostein. Den ersten Dominostein. Ich würde mich auch sehr gerne anhören. Es ist auf jeden Fall auch keine Torte oder kein Kuchen, den ich jetzt hier auch innerhalb von ein paar Sekunden verdrücke. Es schmeckt genau so fies wie jedes Jahr. Ne, sag ich mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und dann hoffen wir auf rege Zusendungen von Post. Bis wann haben die Leute dann Zeit? Ach so. Bis zum 15.12. Wenn das der Freitag ist. Oder der 17.12. Einfach bis zum 15.12. Bis dann, Leute. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020